Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen auf unserem Stand auf der Limmat Hausmesse. Wir, die Firma E-Town, sind ein Tiroler Unternehmen mit Sitz in Innsbruck und ich möchte Ihnen gerne als Produktmanager unsere Produkte kurz vorstellen. Mein Name ist Stefan Scholl und ich bin verantwortlich für die Gehäuse und Sicherungsmaterial. Als erstes möchte ich Ihnen vorstellen, wir haben Klemmen von 0,5 mm bis 300 mm Nennquerschnitt können wir Ihnen anbieten. Dazu passend die Gehäuse in allen verschiedenen Variationen, dazu passend die Verschraubungen, damit Sie auch Ihre Kabel einführen können. Zusätzlich bieten wir auch noch Stecker an. Wir haben hier die Firma BALS in unserem Programm. Wir bieten diese alle schraublos an. Generell arbeiten wir mit namhaften Herstellern, die uns mit ihrem Know-how versorgen und das wir Ihnen dann weitergeben können. Mit diesem Know-how bieten wir Ihnen auch Sonderlösungen an oder auch Kombinationen aus unserem Produktprogramm. Weiters haben wir auch die Firma Wöhner in unserem Produktsortiment, mit dem wir den Bereich für Sicherungsmaterial abdecken. Wir haben auch die Firma Hensel im Programm, mit dem wir die Automatengehäuse, Dosen und Kästen und verschiedenste Verteileranlagen in Kunststoff realisieren können. Sie finden unsere Produkte unter www.e-term.at und darauf finden Sie auch die verschiedenen Links zu den Herstellern. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und freue mich, Sie auf unserer Homepage und eventuell auch mal selbst begrüßen zu dürfen. Vielen Dank.